Mein Name ist Andreas Klamm, Ihr Landtagskandidat für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz, Wahlkreis 38, am 14. März 2021, für die Linke, für soziale Gerechtigkeit, für soziale Sicherheit, für ein soziales und solidarisches Rheinland-Pfalz, für Frieden, für Natur, Tier, Umweltschutz und viele, viele weitere Themen. Und was mir natürlich persönlich als Gesundheits- und Krankenpfleger, als Journalist und als Autor ganz besonders wichtig ist, die Forderung der Linken, 100.000 Pflegekräfte mehr für die Pflege. Das reicht normalerweise nicht ganz aus, denn schon der Spiegel hatte Anfang der 1990er Jahre berichtet, dass es etwa 170.000 Stellen gibt, die zu besetzen sind, also viel zu wenig. Aber 100.000 ist doch schon mal ein guter Anfang, vor allem in diesen Zeiten, in diesen harten Zeiten, die durch das Coronavirus geprägt sind. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch und kommen Sie bitte gut und gesund in das neue Jahr 2021. Und für das neue Jahr wünsche ich Ihnen ein gutes, glückliches neues Jahr 2021, erfüllt mit Frieden, Liebe, Glück, Gesundheit, Hoffnung und gutem Mut. Ich lade Sie herzlichst zur Telefonsprechstunde ein, jederzeit und dann nach Vereinbarung Ludwigshafen, Telefonnummer 0621 58678054. Ich wiederhole 0621 58678054 und weitere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite bei www.andreas-klamm.de. Ich wiederhole noch einmal zum Mitschreiben www.andreas-klamm.de. Kommen Sie gut in das neue Jahr. Bis bald, Ihr Andreas Klamm.